Das ist ein klassisches Jazz-Trio, was mich begleitet. Das kommt der Definition Jazz schon wesentlich näher als die ganzen Big Bang-Sachen, die ich bisher gemacht habe. Aber es ist hier eigentlich eher so ein blindes Verständnis. Dass man so wahnsinnig viel Freiraum hat, das hatte ich bisher noch nicht oft. Ich bin immer wieder begeistert, wie Roger die Leute mitnimmt auf diese Reise.